So, 3, 2, 1, Legendary Man, wir spielen die schlechteste Map überhaupt, mit den besten Special Guests überhaupt, David ist wieder dabei. Boah, Alter, ich fühle mich wirklich langsam hier, Alter. Du bist ein richtiger Schleiter, weißt du das? Ja, ich brauch noch niemanden, den ich aufnehmen kann, Du bist ja Lieder. Äh, äh, es ist ein Doktor melted. Okay. Hier wieder eine Runde DbD, 200 Spaß mit Doktorspielen. spieler auf der schlechtesten das ist kein gutes kamer ich bin der andere der kommt auch noch zu mir das arschloch da hängt er jetzt hebe ich auf könntest du mal den doktor bitte nicht zu mir bringen mit der wegsabotieren was richtig hart ja ich habe noch ein gemacht dass aus der hälfte fertig haben zwei gäste hälfte wir haben keine zwei gäste wir haben einen gegen uhrzeigersinn das klar kann ich doch klar okay wir haben wieder zwei gäste krass und sich zu verwirren hat geklappt ich kann gar nicht so vertieren dass wir das ja kommt wir machen jetzt ist sie gerne hier kommen dann müssen wir auf die andere seite und dann machen wir den nächsten okay das bei uns ziemlich na ja da hat es gesehen ist er kasse wird das doch nicht aus ich bin fast ein halt ihn hin ja ich mach das ich mach das ich bin in der wendel abgelenkt ich bin in der richtung ich bin in der richtung ich muss um mich ich kann nicht sabotieren du musst Richtung ja ne bitte danke ich bin der richtiger ehrenswin aber er hat das perk wo das überall und nirgends aufploppen kann ist er gar nicht bei dir er hat mich wirklich verloren siehst du einfach immer zu mir rennen das ist darauf kommt keiner klar soll ich jetzt einmal heilen oder wir werden wieder fertig ich komme ich darauf klar wer es gegen uhrzeigersinn ist das glaube ich bei der hütte oder er verfolgt den herzschlag gehabt er bei der großen hüte er verfolgt den random naja dann oh der ist ja weit weg von mir er kommt jetzt auf und zu ne er ist bei der scholl bei dem medraschender weißt du nicht dass er gleich bei uns ist ich wurde geschockt er reint auf und zu Jannik 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 du Sack Jannik Jannik Aua du doch nicht noch gut Leute ein gen fehlt noch richtiger Antimate ey sagt er gar nicht ich habe sabotiert jetzt muss er weiter Jannik Regal mal Okay das kriegt er auch zum Oh Mann Ich bin kein Antimate ich mag gar nicht ich habe zuerst versucht zu retten Oh Mann er kommt zu mir in die Ecke bei dem medrascher kommt der ich lasse mich blicken damit er vielleicht zu mir läuft er hat mich gesehen hat mich nicht gewonnen er hat es aber auf jeden fall gesehen habe wird vermutlich tun ist das auf den schlag damit wenn nicht getunelt wird ja erst wenn man meine richtung ich sehe könnte ach du hast das nicht dran das ist ja die rechte richtung weiter links links ja herzlich ist bei mir da kommt ich hasse dich wir müssen jetzt beruhigen okay er tunnelt wenigstens nicht immerhin der killer tunnelt nicht will ich nur mal kurz festhalten was heißt tunnel ja das ist ein hagen runter gut direkt wieder nie gegangen ach so leute ab die ehre wenn nicht ich muss man ich glaube schon mal richtung ausgaben ja 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 anders und kass so welches einmal gefunden mich halt alter der hat mich fallen der runde noch einmal gesehen der kinn ist gerade bei der hütte an der seite ja dann mache ich mach mal den eingang auf in der hütte ist er jetzt ja das mache ich das mache ich das mache ich ja lass den random zurück david ist der mate hier kommst du david streich an streich an volle power komm der kommt er ist am ausgang ich denke schlag der runde dran sie ist ja auch dass die minuten müssen strecken tut mir leicht das war jetzt aber auch echt easy bis sofort oh wir sind alle zusammen und wir sind glänwilliam oh die wester map die wester map wester map wester map alles klar wir sind wieder da leute jetzt geht es weiter ich gehe als erstes zum djinn der hier oben ist ja ok ich frage dich mal ich sehe was ich warte glöckchen kling klicken glöckchen klingeling kling glöckchen kling 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 da ist glöckchen kling ich sehe noch nicht glöckchen kling ist auf der hauptstraße da kommt ihr dann glöckchen kling ist auf der hauptstraße glöckchen kling kommt an zu einem ja warte satten glöckchen kling kling zu dritt können wir das schaffen dass brücheln kling da aus hel ja der ist bei uns oder ja der ist bei uns ja ist egal macht weiter mach weiter mach weiter mach weiter mach ich auch wo bringt er dich hin ich habe einen hagen weg gemacht oder sind christie christie killer habe einmal sabotiert da ist ein bisschen zeit raus gut ja richtig ausgeholt und ich habe laufen machen wir auch nicht wenn wir sowas tun was hast du da oben heiligen schein oder war für die kronen das bricht wo es sind hinter dem groß und hinter dem saloon ist er ich sehe red auf die hauptstraße zu vermutlich gesehen ich denke mal mit dem todem zerstört kriegt das bild oder ehrlich so naja das kriegt ja alles nicht so gut versteckt ne da kommt was an wenn da kommt an weil der david ankommt ach so nee weil der david ankommt wo ist eigentlich der random der habe ich doch gar nicht gesehen da kommt was da wäre es wenn ja richtig hier okay der habe ich verloren auch zunächst über david der hat lieben der hat mich ganz so lieb hier sind die ausgänge errichtet was der wettbewerb ich war eigentlich vorgemacht die kronen noch nie gehabt kinder auf hauptstraße kommt kommt quasi nach vorderseite salons ja ich sehe aus wenn der romantiker immer zu tun ja aber wir werden beobachtet und dem sexy rahmen oder an die von der leiche meist genau hast du schon in random gesehen oder war einmal gesehen ich mache das leise und da kommst du hast du ja logischerweise er ist im haus neben dem saloon ja ok liegt ja 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 da läuft auch so rum mit dem killer er läuft jetzt rechts rum ja ja äußersten nochmal weiter der hält nicht gut hin wir müssen recht machen richtig gut hin hätte eine richtig gute die poste dann läuft aber jetzt kommt die kreis herum ja ich bin ich bin direkt davor ich habe auch ich beobachte damit ich sabotieren kann es ist mir locken das ist lieb danke kinder ich mag die nächsten gerne also ich mache auch gerade den nächsten gen also veraltert hier unten sind ja richtig kurz immer auch da ist ein geld also mit den killern los aber das ist ja ein prestigekiller daher leuchtet auch ist das so wichtig das heißt also mit viel gespielt ja hi schon wieder hier ich habe eigentlich den dahinter gemacht aber ich habe dich gesehen da dachte ich mir wir müssen romantisch bleiben gewissen süßer bist du ja wir haben den letzten gen in 3 2 da kommt was an ausgang ausgang wo ist ausgang geradeaus und links geradeaus einfach hier oder anderes links anderes links aus der lumen sicht ok ich bin bei der kohle spiel der kille nicht ernst hat oder spiel mit dem kohle ah ah hinter uns hinter uns uns vor allem uns ja wo bist du sven okay lautet ja wo er saloon also ich hab zu 99 prozent frei aufgemacht macht das nicht beim anderen ausgang auch gleich noch mal ne scheiß ja neben den anderen ausgang hat mich gesehen hat mich nicht gesehen okay ich hab den haken durch mein gesicht also das ist schon schmerzhaft aber den anderen geheilt aber er kennt also ich mach ich mach beide ausgänge auf 99 zu langen komm wir mal hoch Sven weil der andere haken ist noch sabotiert weißt du ach so ich geh zum anderen ausgang der andere haken ist sabotiert Sven Sven also der eine macht den einen ausgang und ich mach den anderen jetzt noch ok ich lauf geradeaus viel spaß viel spaß Sven mehr kann ich nie machen alles gut ich bin beim saloon also die ausgänge sind beide offen sind beide offen okay sind beide offen einer ist ja mitten auf der hauptstraße hast du die luke gefunden schon wieder ach ach jannik Sven Sven ist da unten Sven ist da unten kann man Sven nochmal hinten wo bist du H beim Ausgang hinten links hinten links hinten links ok wir könnten die nochmal holen ja kannst du noch einen Schlag tanken ich kann noch einen Schlag tanken ne ich kann nichts mehr tanken ah ok ich kann noch einen Schlag tanken ich kann ihn aber versuchen abzulen ne hau ab hau ab ihr müsst es schaffen Sven Renn Sven Renn Renn hin ich sabotiere noch was kann jetzt ah danke 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 oh aber der wurde noch ein bisschen spannend ach so noch ein achievement easy nur ein achievement nach einer Runde easy so Leute das war wieder mal eine geile Runde DVD zwei geile Runden wieder weil wir solche Gönner sind vielen Dank fürs Einschalten bis zum nächsten Mal haut rein und ciao ciao ciao